hallo moba freunde heute kommt der teil 4 von rennsburg eine führerstand mit fahrt ihr hier auf der karte jetzt an der blauen linie erkennen könnt wir starten fechter fahren über bot mich an lanken vorbei der bahnhof mit regelspur und schmalspur von dort aus geht es weiter nach mönchhof wo wir dann auch direkt weiter fahren einem kurzen halt an petersgur vorbei durch mich back und nach mich weg an der miesburger industriebahn vorbeifahren der miesburg nordbahnhof von dort geht es dann nach holstedt von dort über die hauptstrecke dann an unserem bahnhof püsselböhren vorbei mit der papierfabrik bis wir dann zum endbahnhof den schattenbahnhof michelstadt kommen ich wünsche euch viel spaß ja ja nimm mal keine und nimm mal keine und die karte weil ich will in kuppeln immer noch nicht kuppeln ja ja nimm mal die kuppeln boi Vielen Dank. 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 Soll schon mal vorgekommen sein, dass das sein soll. Der schon wieder... ... 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